Bei mir im Bett zu schlafen geht es nicht, dann bleib ich alleine. Was ist denn? Was ist denn da? Genau du! Ich sehe immer den Scheißstress. Was für ein Stress heute? Scheißstress, hätte er nicht später landen können, oder? So wie er es gesagt hat. Nein, das blöde war ja heute ja 1830. Nein, so wie er es gedacht hat. Gedacht, ach so. Und dann gesagt. Ich bin nicht viel am besten. Ja, macht nichts. Wenigstens isst du unsere neue. Filmen sie dabei. Jetzt holen wir gleich den Henry ab. Und der sitzt dann hier neben mir. Ja, jetzt noch nicht. Aber wir freuen uns alle sehr. Dann sind wir zu viert und ja. Mama. Hi. Grüß, hallo Mama. Jetzt lachen sie wieder. Ich bin auch immer noch am Entzählen. Ich schwitze wie ein Schwein. Und das war mega heiß. Aber ich habe es nicht. Durchgezogen. Das ist das Wichtigste. Und du? So ähnlich, oder? Wir haben 45 Minuten gemacht. Hart. Im Ironman Tempo. Hätte es sein sollen. Im Wunsch Ironman Tempo. Im Wunsch Ironman Tempo. Im Wunsch Ironman Tempo. Nach Darmstadt in Rühl Fitness. Nach Darmstadt in Rühl Fitness fahren. Also immer progressive Steigerungen machen. Und wenn gar nichts mehr geht, legen wir halt einen Fliegenschiss dann auf die Gurbel. Damit man noch ein halbes Mal mehr drücken kann. Wir haben schon einiges gemeinsam mit dem Markus, wo er richtig gut dabei war. Der Alltag ist das gleiche. Denieren, fressen, 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 schlafen. Was hatten die heute gefressen, hä? Wie, 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 wie? E struggling dabei! Wie, 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 wie! Die telephone código, wie, 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 wie! Du mal dein Auto nennt federal! Ja, ja, ja! Turn down, du hast! Was ist denn da Geheimes drin? Da ist nichts da, ich erschrecke mich nur. Von was? Von der Kamera. Warum geht das Licht nicht? Ja, ich habe halt nur das. Das ist auch noch ein Nachteil. So, warte, mach nochmal anders. Ja, das geht ja nicht. Ja eben, aber jetzt. So. Ihhh, was ist denn das? Was? Ihhh, was ist denn das? Wo kommt das an? Ihhh, was ist denn das? Was ist denn da? 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 Was ist denn das? Von dir? Nein, das ist nicht von mir. Ich komme nicht aus. Hast du es denn da hochgelassen? Nein. Ihhh, das ist eine Schlangenhaut. Hey, da sind doch Schlangen drin. Wie heißt das? It´s just a prank? Aber trotzdem eine echte Schlangenhaut. auch wenn es dann wieder hochgelassen hat. Yes, das ist eine echte Schlange. Yeah, das gibt mir nicht auf. Tic. Ich habe dich auf. Tic. 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 Tic.